Oh, danke. Scheiße! Scheiße! Okay, ich lad mal kurz ne App runter, ne? Uiui. Klar, gut, also. Ne, ich will es schon so machen, wie sie wollten. Ja, deswegen habe ich ja beide gekauft heute. Ich habe die beide gesehen und dachte mir, das ist doch eigentlich ganz hübsch, oder nicht? Tobi, ich war gut vorbereitet, du hast es nur nicht mitbekommen vorhin. Eben, Dominik. Also, was ich höchstens mir überlege, ich sage extra nicht, was ich anbieten kann, ist, dass ich soweit spiele und dann nochmal weiter streamen. Ähm, 0% von 49,27 MB, hallo? War ich, ja. Bei dem Spiel schon, bei dem davor, aber ich dachte halt nicht, dass es einfach abbricht dann. Ja, Missy, er ist halt sexistisch. Ah, jetzt lese runter. Ne, wenn dann nicht paar Wochen, sonst vergesse ich das ja wieder. Also, wenn, muss ich schon wissen, dass ich den erschießen muss, sonst tue ich das gleiche wieder. So. Wie lang könntest du bitte sagen, du bist bereit? Vielleicht? Flavor works. Ach so, klar, May. Ja, Tobi, dann kamen so viele neue Leute dazu und manche Leute, die das Spiel interessiert hat, sind plötzlich verschwunden. So ganz paar Leute, du weißt, wen ich meine. Ey, Dominik, tatsächlich, Council wäre auf dem neuen PC um einiges sinnvoller, weil ich so viele Probleme hatte mit dem alten, mit dem Spiel. Kein PS4-System gefunden. Jetzt, okay. Dies ist eine interaktive Geschichte. Deine Entscheidungen schaffen nur eine von vielen Perspektiven. Kein einzelner Weg bietet alle Antworten. Ach, May. Forever yours. Elodie? Elodie? Kann ich vielleicht hier in die Optionen rein? Nee. Kann ich so in die Optionen rein? Kann ich vielleicht... Leichteres lesen? Was ist denn leichteres lesen? Ähm, ich würde halt gern Audio ein... Okay, gut. Wir setzen... Oh Gott. Oh mein Gott, die Steuerung ist ja noch bescheuerter. Okay, fortsetzen. Hallo? Fai, fai. Was mache ich jetzt runter, ne? Okay. Ey, ich muss echt mein Handy so steuern, wie das... Oh Gott. Creepy Kind. Also, das sind echte Menschen, aber die Schauspielerszenen sahen gar nicht so cringy aus. Aber es könnte auch sehr lustig werden. Ich weiß es nicht. Ich will nis. Okay, komm. Ich hab... Ich hab... Guck mal. Ich hab... Feuerzeug angemacht und ne Kerze angezündet. Ne Lampe. Entschuldigung. Ich hab schon das Spiel durch, oder? Äh. Hallo? Ich drehe im Kreis. Okay. Und jetzt? Ja, aber... Hä? Ah, okay. Okay, es muss türkis werden. Die Steuerung ist super salzsam. Wir hören jetzt Musik. Ich hab keine Untertitel an. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Pause. Ich kann nicht Pause drücken. Ah, jetzt. Untertitel ein. Was ist denn leichter lesen? Es ist dann so im... Ey, wo guckst du? Oh Gott, die ist gruselig. Oh Gott, die ist gruselig. Die ist gruselig. Drogen, ja, wirklich. Oh, die ist ja fett. Entschuldigung. Ich sagte ihr, dass sie magisch war. So wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch. Was? Ich bin Einhorn? Aber du musst es mir beweisen. Warum musste sie es nicht? Wähle ein Foto. Dein Lieblingsbild. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Was? Finde deine Mutter wieder. Was? Was spiele ich da? Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Nein! Fass mich nicht an. Sieh genau in das Feuer. Oh Gott, ich schmeiße mich da nicht an. Über dem Feuer, die Zukunft sehen könntest. Was würdest du sehen? Boah, es ist laut. Ey, es ist super creepy. Was ist das? Was spielen wir hier? Das, was ich gesehen habe, war eigentlich voll nicht so. Das war einfach nur so krimi-interaktiv wieder. Was ist das? Was ist das? Musik 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 Okay Iiiiih! Bebe! Da ist immerhin voll viel Gameplay hier drin, ja? Äh, bleh! Ich will hineinsehen. Das ist deine Schuld. Meine? Hallo? Ich hab gar nichts gemacht. Apropos Cracknoten. Geh! 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 Warum hat die ne Maske auf?! Wenn du jetzt auf den Boden guckst und das Stroh liegt, dann weiß ich ganz genau Bescheid. Öffnen! Hä, wieso habe ich jetzt die Tür geöffnet? Hä? Oh, bin ich dumm? Also sie? Warum geht sie dann nicht raus, wenn ich die Tür aufmache? Warum schließt sie dann die Tür auf, wenn sie im Haus bleibt? Ist sie doof? Ja, hä? Same. Hä? Toll, wir sind wieder psychisch gestört. Das ist mein Vater. Ja, ich finde es auch nett von mir eigentlich. Äh. Darf ich selbst machen? Nee, ne? Ich darf ein Kreuz machen. Wow, ich bin talentiert. Nee, Missy, das sind wir alle zusammen. Ach stimmt, das ist ja auch blöd für den Nachmieter oder den Vermieter. Oh Gott. Ist da ein PC drin? Äh, das ist Rotblut, bäh. Äh, doch, kam mit dir, ey. Guck's kaputt. Oh, ich will da nicht rein. Ist da ein Herz drin? Ist da ein Herz drin? Ew. Oh, ne Hand. Guck mal, da sind alle falsch. Das ist das Zeichen, was auf der Brust von meinem Papa war. Ich trau dir nicht, du bist bestimmt der Psycho. Nein. Das ist mein Buch. Ich gebe es auch zurück. Hä? Nie rausreißen. Nein. Okay. Nein, hier. Komm. Patschehändchen, ja. Wannst du sowas oft? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Das war auch auf dem Medaillon. Die Hand gehörte einem Mann namens Ekel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Geschichte, Verbindung zum Vater, Relevanz. Hä? Erklärt doch mal ein bisschen mehr. Ist das wieder mein Vater? Der Fall deines Vaters ist nicht gelöst. Wir gehen von einer Verbindung aus. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucian Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Das meine ich ja. Also die Schauspieler sind eigentlich relativ gut von dem, was ich bisher gesehen hatte, von den Trailern. Oh Gott, Corona. Entschuldigung. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Vielleicht ist es die Schauspieler, nee, ist es nicht. Nee, die Schauspieler sieht ganz anders aus. Nee, ich finde die hübscher als diese Paige oder wie sie heißt. Ellen Page. Also ich finde die Frau hier wirklich super hübsch. El Presidente. Ellen Seite. Ja, Ellen Seite, genau. Hä? Hä? Ich kann dir Zeichen machen. Mein Stuhl knackt. Ey, ihr wisst gar nicht, wie ich hier gerade rumgammel. Ganz ehrlich. Nee, lieber nicht mehr. Ich habe heute echt versucht, mich irgendwie einigermaßen unkrank zu schminken. Aber ich sehe einfach echt aus wie Scheiße momentan. Ja, tue ich immer. Bla, bla. Aber trotzdem. Bing. Hallo? Lass mich spielen. Oh, ich mag die beiden jetzt schon. Machen wahrscheinlich gerade Pause. Tust du nicht mehr, ey? Warte her. Ich gehe nachsehen. Kann ich jetzt wo hingehen? Er hat gesagt, warte hier. Das mag ich nie. Ach, weil ich eine Frau bin, darf ich nicht widersprechen. Ich verstehe schon, ey. Oh, mein Gott. Hä, die, die hat, die haben Drogen. Die sieht immer Maskenmenschen. Nee, Corinna war voll gemein zu mir. Also wir verfolgen ja wohl eindeutig die Maskenmenschen, oder? Gehen wir ans Telefon oder gehen wir den Maskenmenschen hinterher? Gehen wir den Maskenmenschen hinterher? Danke. Ja, auf Dominik höre ich nicht. Naja, weil sie gleich rollt. Also gerade hat sie fast geheult, weil da halt ihre, also ihr Vater und ihre Mutter, glaube ich, waren oder so. Nach Hause auch, Rio. Oh, was ist da drin? Oh, ich will da reingehen. Ich will zu Private Party. Ich will zu Mr. Grey. Lass doch sagen, ja, ja, wir haben gespielt. Aber nur den ersten Teil. Also nur nicht die anderen. Ich glaube, einen gibt es noch und der andere kommt noch oder der kam schon. Was machst du da? Hi. Nein, hier steht nichts. Nicht ein Wort über sie. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden? Ja, irgend so was, ey. Ich hätte einfach hier bleiben sollen. Genau, Missy. Maskitefrauen, maskitefrauen. Komm, ich erzähl ihm alles. Ich mag den. Wir waren Frauen. Und sie trugen Masken. Und sie, sie... Ja, ich seh mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Wenigstens glaubt er uns. Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Richtig. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Dir vertraue ich nicht. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Ist schon okay. Ich... Ich weiß es zu schätzen. Na komm. Ich zeig dir den Weg. Werden wir jetzt eingewiesen? Hä? Die haben doch Therapien und so. Was machen wir hier? Du erinnerst dich nicht an mich. Ich hab mit deinem Vater gearbeitet. Ich hab auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. Schlaf und Sascha. Oh Gott. Mein Schlaf und Sascha. Und witzig. Frau Rieckitz. Ja. Ist ja auch so. Na ja. Wir sind da. Erkennst du es wieder? Aber bisher finde ich die Schauspieler wirklich gut. Also für sowas. Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Ja, Missy ist doch normal, oder nicht? Ja. Erkennst du es wieder? Erkennst du es wieder? No. Mein Schlaf. Boah, die Steuerung ist so wirklich ganz creepy. Komisch. Ups, hab ich hier irgendwas fast zertreten. Sonst verpassen die Masken, okay. Achso, nach unten, Entschuldigung. Schnell! Wir hören jetzt wieder Musik. Yay! Ich finde das... Also klar, es fühlt sich ein bisschen komisch an, wegen Handy, ne? Das ist halt nicht ganz so gut gemacht, so einfach von der Benutzbarkeit her. Aber es ist ganz cool, weil bei Hidden Agenda war das halt wirklich... Oh, Erika, sehr wenig zu tun. Du kommst zurück. Kiki? Sieh mal unter's Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Onkel Lucien? Was denn? Was hast du denn für mich, Onkel Lucien? Ich liebe Entscheidungsspiele. Ich warte so auf ein neues Spiel von Detroit Become Human. Ein bisschen schon, ja. Aber ich find's halt interessant gemacht, dass das mit dem Handy gemacht wird. Oh Gott, nein. Sind wir bei Brilliant Little Lyrus, oder was? Volles Gefängnis. Oh Gott, mach sie weg. Ich find die Scheiße. Kann ich wählen, dass ich die Scheiße finde und wegschmeiße? Ich will nicht auf den Arm gucken. Die hat eh das Zeichen auf dem Arm. Oh, wie ich. Oh. Oh Gott, das ist wirklich Brilliant Little Lyrus. Sie ist genau wie du. Ähm. Auf dem Handy seh ich dunkelblau mit weißen Punkten, was aussieht wie ein Sternenhimmel. Und oben rechts sieht man ein Pausezeichen. Mehr seh ich nicht. Und ich seh dann immer so wie so ein Taschenlampenstrahl, ohne Taschenlampe dran, in welche Richtung ich irgendwas machen muss. Warte mal. Ähm. Und dann steht da sowas wie, gerade steht ziehe zum Erkunden. So, fortsetzen. Ich hab mal ein Screenshot gemacht, den schick ich dir nach, wenn wir sehen. Du musst dir nur denken, dass Ziel zum Erkunden nicht immer dasteht, ne? Ich muss immer den Ton regulieren, das nervt. Oh. Hello. So, wir wieder Spiegel? Komm, wir gucken mir den Spiegel an. Wir sind voll, voll egozentrisch. Bin ich schwanger? Oh. Ist aber nicht gesund. Oh mein Gott, war das laut. Äh, PS4. Hallo, 20AM. Okay, bin wach. Ich hab jetzt den Ton generell ein bisschen leiser gemacht, ja? Nicht auf den Teppich, hast du gesagt. Okay, dann geh ich zurück. Aha, dann geh ich... Oh, da ist eine Frau. Ich bin nett, ich geh außen rum. Mach das, Missy. Ja, das ist ein Spiel. Ah, die ist da ansässig. Das ist ein schönes Haus. Der Kamin, also den find ich echt hübsch, doch? Und die Wände sind sehr hübsch. Was? Rauchen. Komm, hey, erst mal Stunk anfangen. Wie kannst du's wagen, im Raum hier zu rauchen, ja? Kann ich auch eine haben? Was? Nein! Nein. Danke. Musik, komm, wir sind jetzt nett. Ja, Mutlu ist immer gut. Oh Gott. Boah, jetzt bist du schräg, schräg. Okay. Tippen. Ganz einfach. Ja, hab ich toll gemacht, oder? Toll, oder? Ich muss das selbst machen, ja? Jetzt nicht mehr. Oh. Okay, das ist also... Oh nein. Oh. Eww. Scheiße. Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, nein, nein. Kein Putzen. Kein Putzen ohne Aufsichtsversorgung. Kirsti. Kirsti. Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Los, Kirsti. In einem Albtraum? Weiß ich nicht. Sie sagt, das war neu. Kirsti muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Ey, das ist Spencers Stimme aus Pretty Little Liars. Was ist die Unschuld? Knochenknochen. Knochenknochen. Hallo? Na? Irgendwie ist dein Raum leer. Die Wände irgendwie. Hier, Puppe aus der Kindheit. Onkel Lucien. Die war creepy. Halt, stopp, Corona. Richtig. Drama. Erstmal danke. Oh nein, danke. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Das sieht so unwohlig aus, oder? Ich hoffe, es stört dich nicht. Was? Aber ich habe was für dich. Ey, der will mich bestechen. Der ist mir ganz suspekt. Der schenkt mir zu viel. Es gehörte deinem Vater. Okay, das ist süß. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. In Feuerzeug, in einer Anstalt. Bist du bescheuert? Ja, Missy, und siehst du, da sieht man es wieder. Schwarze Menschen sind einfach netter. Der Polizist hat mir gar nichts geschenkt. Und der an der Rezeption war scheiße. Ich habe es aufbewahrt. Nee, May. Man muss sie mögen. Sie ist böse. Tut mir leid. Du schon wieder. Da, da, von, ich habe gerade von dir geredet. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erika. Es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters das auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Du verdächtigst mich. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Ich sehe Flashes. Albträume und ein Umröst. Ihm gefällt es nicht. Aber das ist alles. Der ist böse. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Die ist eine wunderschöne Frau, May. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Nur weil er wollte. Ich vertraue dem Duschen. Der schenkt mir Sachen. Ist mir suspekt. Ich zeige dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinem Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarft die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das erste, was dir einfällt. Himmel. Himmel. Das ist nicht blau, sondern da ist lila dabei. Aber ich meine Sky und nicht Heaven, ne? Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben. Aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Okay. Oh, pink. 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 Okay, Schönheit. Schönheit. Oh, oh. Sekte. Ja, Sekte. Sekte. Südkorea. Essen. Farm. Nicht Schlachtung. Bin ich bescheuert? Feufeu. Feufeu. Zorn. 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 I. I. Verkleidung. Schnitzen, schneiden, abstechen, töten. Freundlich. Zarm. Was weiß ich. Fuchs. Tiere. Tiere. Oh, ist das laut. Oh, ist das laut. Daddy? Du bist es, Erika. Du warst es immer. Richtig, Missy. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Missy. Wir haben Probleme, möchte ich nur erwähnt haben. Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was zur Hölle haben Sie mit mir gemacht? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Ich habe nicht gemalt. Oh Gott, die ist so creepy. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Meine Mutter ist böse. Ernsthaft? Ich muss schon wieder dieses Feuerzeug anmachen? Geht es eigentlich immer nur um dieses blöde Feuerzeug? Also, ich mag Feuer. Jetzt muss ich wieder zumachen. Ich schuze es wieder auf. Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier. Verliebte sich hier. Gebar dich hier. Und später starb sie auch. Hier. Okay, Mel. Ja, ja, ja. Pass auf. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Nein, ich will es gar nicht sehen. Ich will dein Kaninchen nicht sehen. Nein, Feuer ist wunderschön. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sagst. Das war echt Aladie. Ich weiß nicht, ob ich hier... Äh, not available, don't available, Delphi-Haus. Okay, es ist 28. Peter Mason, Married. 1, 2, 3, 4 Uhr. 6. August. Ich schreibe mir das mal auf. Vielleicht ist das wichtig. Okay, also... Hey! Das braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Äh, ich war nicht so... Äh, doch. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Hä, die sah doch null asiatisch aus, die... die Mutter. Hä? Eine Gartenschere? Da ist irgendein Bildfehler drin. Ach nee, die haben es ausgeschnitten. Ernsthaft? Guckt mal bitte. Wartet. Ich kann nicht... Unten an den Blumen, da wo die Knospen sind. Das sieht so falsch aus. Das ist einfach voll ausgeschnitten. Aber so richtig schlecht ausgeschnitten. Seht ihr das? Okay. Oh Gott, ich musste das echt so machen, wie so eine Schere. Meine Finger zusammen. Gut. Das ist dieses wie gar nicht. Nee, mehr. Das ist damit, ähm... Dass es überhaupt mit der Interaktion geht, glaube ich. Ich mach hier alles sauber. Nicht putzen ohne Aufsicht. Das sag ich auch. Wenn ich nicht putzen will, sag ich einfach, ich hab keine Aufsicht. Ich kann gar nicht putzen gehen. Es liegt in unserer Macht, um zu lieben oder zu lieben. Denn die Wille in uns ist überwühlt durch Verwühlt. Wenn die zwei langen sind, sind die Kurs... Die Kurs beginnt... Das ist wahr. Bis gleich, Missy. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Meine Mutter liebt Oleander auch. Lass mich in Ruhe! Glaub ich. Lass mich in Ruhe! Nicht los! Die Raucherin schon wieder. Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Die Blutige... Dass du schon wach bist? Das ist Erika Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Bellat. Wir machen Parfum. Machst du mit? Ah. Du kannst dich natürlich auch gern Tobi anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Die putzen wir uns. Warum schnappst du dir nicht deinen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Okay. Sollen wir zu Raucherin, zu Blutigen oder zu Putzenden? Mech steht auf Total Verrückte. Okay. Dass Dominik auf Blutig steht, das war schon wieder klar, weil Kannibalismus, die müssen immer bluten. Blut? Okay. Hm. Gut. Dann gehen wir zu Blutigen. Ich wäre bei Mech gewesen mit der Putzenden. Die ist super verrückt. Wirklich, die ist plemplem. Aber wahrscheinlich ist einfach die Blutige die verrückteste von allen, weil sie die normalste gerade noch ist. Ich auch mehr, ich auch. Ich bin ja zu Christy. Ihr könnt mir das auch gucken. Ja, ein Parfüm klingt. Gut. Oh, jetzt muss ich wieder arbeiten. Wisst ihr? Das wurde angezündet und die Dämpfe inhaliert. Die Putz macht sich akzeptiv. Dann hatte Visionen von der Zukunft. Ich finde sie lustig. Ich habe die Befürchtung, dass ich die Rauchen am liebsten mag, weil sie so eine asoziale Braut ist und es mag die meisten am liebsten. Ich gebe dir nicht mein Feuerzeug. Bin ich bescheuert? Das ist mein Feuerzeug. Oh oh. Oh oh. Willkommen zurück. Missy, wir machen jetzt Parfüm. Ist das nicht toll? Und wir stöbern jetzt rum. Schnell. Mach Fotos. Hol dein Handy raus. Scan Normal. Christy. Evidence Vampire. Anxiety. Und Habits. Okay. Okay, da geht es gut. Suicide. Tobi. Ah, Tobi ist. Okay. Tobi ist richtig, richtig Psycho. Okay. Hannah. Ich kann es nicht lesen. Hannah ist die schlimmste von allen. Okay. Verlassen. Schnell weg. Oh Gott. Bleibt selten ungestraft. Es tut mir leid. Das war... ...keine Absicht. Das war wichtig zu wissen. Na komm. Also, die Raucherin, die tendiert zum Selbstmord. Das ist nicht gut. Und bei der Blutenden haben wir keinerlei Hinweise, was denn ihr Problem ist. Außer, dass sie blutet. Okay. Ich mach Feuer. Kann ich gut. Bin ich gut drin. Irgendwas ist richtig falsch mit der... ...habe ich vorher schon welches gemacht. Stell das neben dein Bett. Nein. Und ich verspreche dir die süßesten Träume. Kann ich das vielleicht wegschmeißen? Ich trau dir nicht. Das ist doch bestimmt... Das ist doch bestimmt einfach... ...irgendwelche Drogen oder so. Kann ich es ausmachen? Nee, hab ich nicht. Oh Gott. Das ist doch schon. Ähm. 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 Nein, ich habe schon gecallt. Nee, wir haben keinen an der Waffe, wir haben Drogen bekommen. Ey, das ist die Blutige. Oh, Nerv, nicht Blutige? Was willst du von mir? Genau, Mei. Ja? Oh, endlich ist meine Prada-Handtasche angekommen. Oh, endlich. Teuer. Oh nein, wir sind echt schwanger. Was ist hier los? Sind wir echt schwanger? Erika hat ein Päckchen. Ist ziemlich groß. Wir sind nicht schwanger. Das ist so hübsch. Öffne es. Hä? High-Touch, klar. High-Touch ist einfach eingegangen, weil ich gerade... Kannst du... Ich glaube, ich kann es nicht drücken. Naja, egal. Ich habe es schon. Das sieht aus wie Babyzeug. Ich habe gesagt, sind wir schwanger. Oh nein. Ich bin gerade voll mit dem Arm gegen meine Brust geschlagen, weil ich zurückgezuckt bin vom Handy. Pfff. Pfff. Ah, schön. Pfff. 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 Zurückbleiben. Geef dir Platz. Ich hatte damit noch nie Probleme Missy. Was ist passiert? Ist das der Rezeptionist? Kannst du jetzt endlich bei mir bleiben und mich beschützen, Officer? Höh! Oh, guck doch mal den Blick an! Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Ja, WhatsApp, Missy, das passiert schon mal. Höh, hör auf, das war... Sie war ein Geschenk von Lucien. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Erika hat hier immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. Ich dachte gerade, er würde sagen, du musst dich für mich umziehen. Kann ich dich einpacken? Alles in Ordnung? Schlaf gut, Willi. Trommel Schöne ist. Schön, dass du da warst. Scheiße. Ich frage die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Richtiges Mail, voll sinnvoll. Da hat Missy jetzt recht. Ganz ehrlich. Schwarze sagen Weiße, Weiße sagen Schwarz. Was ist daran falsch? Lass sie doch nicht allein, die Depp. Oh oh. Oh oh. Mach die Tür zu, sagt er. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne Sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Aber Asiaten sind halt nicht gelb. Oh, ich will folgen. Ach so. Ich habe gerade gedacht, ich muss wieder hin. Asiaten sind halt nicht gelb. Asiaten sind einfach auch weiß. Das ist halt das. Was ist das, England? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wo das spielt. Oh. Ja gut. Die haben also vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dieser Sekte. Woa. Huh? 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 Was? Was? Ähm. Das kann rein theoretisch sein, aber ich hatte das Gefühl, dass die Nachbarin ein bisschen dunkler war. Ja, gut. Also, es war halt angeblich fertig. Ja, das ist aber nur gut. Ähm. Ja. Und wie geht's euch sonst so? Danke, Dominik. Äh, May, beide sind dunkelhäutig. Ja, aber ich denke, dass die Frau in der Wohnung, also vor der Wohnung, die mit der Maske, dass sie dunkler war als, als die Hannah. Die Brutige. Das kann auch sein, weil es dunkel draußen war. sah, also für mich sah sie dunkler aus. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich hab mir die nicht genau angeguckt, weil, also ich war ein bisschen irritiert noch von der Maske, weißt du, das war so die erste Maske. Ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch einfach noch nicht fertig, aber ich bin eigentlich... Ja, es war eigentlich fertig. Der Ladebalken war verschwunden, okay. Achso, es war fertig. Achso, es war eine Aussage. Okay, danke, Mel. Wisst ihr, dann geh ich halt nochmal Pipi, bis gleich. Also alle nochmal Pipi machen, trinken holen, was zum Snacken holen und dann geht's weiter. Bis zum Snacken holen. So, also ich bin wieder da. Und wir sind jetzt bei 46%. Das ist doch schön. Ja, kannst du auch machen, David. Viel Erfolg. Warte, während ich Eda warte, kann ich auch kurz Missy das Bild schicken. E-Sports, äh, mein Klo ist direkt daneben. Und ja, meine Hände sind gewaschen. ... ... Ja, also wir haben die 10-Stunden-Version, das kann jetzt noch ein bisschen länger dauern, ja, also kein Stress. Ja, ist auch so, Misty, also du streichst da halt rum, also, aber du hast halt so wie so einen Taschenlampenschein, in klein hast du da drauf, dann siehst du immer so, der wird halt nach außen hin größer und dann siehst du, von der dünneren, vom dünneren Strich musst du zum dickeren hinziehen, so ungefähr. Luna Bibi. Guten Morgen, Kayla. 99 Prozent, oh mein Gott, okay, 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 stopp, ich muss wieder in meine App rein. Boah. Hallo, App. Okay, okay. Oh. Geht weiter. Ah. Hallo, Yonko, Yonko. Hababu und Himbo? Wer ist? Oh, doch, klingt gut, Red Lady. Ich lade mit Missy, träume was schönes. Aber ist ganz gut, dann kannst du das Spiel selbst spielen, ich glaube, das ist was für dich. Eh. Äh, äh. Irgendwie ist das Spiel eklig. Sieh nicht hin, nicht hinziehen. Oh, er liebt mich. Du bist sicher. Hä, 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 hä. Oh, du bist so ein starker Mann. Bitte, halt mich fest in deinen Armen. Hey. Was? Da bist du ja. True. Oh, nein, tut mir leid, Kayla. Nein, ich bin nicht so einer. Was denn? Was wollen sie denn operieren? Die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oh, oh. Oleander, der vom Himmel fällt. Aber du könntest recht haben, da sieht sie dunkler aus. Das ist eher so das Lachen. Oh, Gott. Im Nachtschränkchen, in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm, bitte. Oh. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Boah, ich hasse diese Frau so sehr, ne? Ich bin mega erschrocken. Ich hab grad im Kopf so verglichen, wie die eine aussah und wie sie jetzt aussieht. Und da war dann grad so, hm, ja, das könnte schon sein, aber die Haare, waren die Haare wirklich so? Was ist denn wegen der Maske und der, hm? Und dann auf einmal so, blum. Ich seh dieses Bild dreimal, das ist so irritierend. Hallo, jetzt mach das, also, okay. Und dann will ich die Schublade aufmachen, bitte. Danke. Sie kommt nicht zurück. Ich hab es schon mal gesehen. Tobi, du bringst dich nicht um. Die Nasenbluten. Die Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Gib das her. Ausrasten. Oh, oh. Sie bringt sich um, weil ich ihr... Oh. Nee. Ja, nee. Oh, nein. Jetzt bringt sie sich um, weil ich sie geschlagen habe. Toll. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinker Blumen fallen vom Himmel. Keil, aber ein bisschen schlafen tut gut. Und Albträume können ganz interessant... Oh, nein, sein. Zu viel Drogen. Die verdrogen alle. Oh, Vianna. Anvertrauen. Anvertrauen. Ich sehe sie auch. Hey. Noch ein Geschenk. Wo ist Hanna? Sie ist weg. Hanna ist weg. Das ist echt Spencers Stimme. Das nervt mich so. Vor allem, wenn Spencer sagt, Hanna. Okay? Pretty little Iris, wer es kennt. Versteh... Was ist das für ein Kackspiel? Das ist für ein Kackspiel. Yummy. Aber ich kann gar nicht zu schnell sein, weil bei mir, also es läuft ja immer die Zeit ab. Das wird immer so, also von rechts nach links geht immer so die Schrift grauer. Die wird immer ausgegraut und dann bin ich zu langsam. Ich glaube auch, wir haben das zu günstige Abo-Modell gewählt für Netflix. Keine Ahnung, ey, das ist scheiß Spiel. Ey, das ist voll gutes Spiel, okay? Download-Cliff-Hanger, ja. Boah, ey, lasst uns alle zusammen ein Spiel entwickeln und dann machen wir einfach nach allen fünf Minuten Download-Cliff-Hanger. Was haltet ihr von geil, oder? Das kann doch nur geil werden. Ich meine, davor fand ich es jetzt nicht so schlimm. Wenn die das irgendwie so gelöst haben, okay. Weil es gibt halt, was weiß ich, wie viele Szenen, die man haben kann, okay? Aber, dann macht es doch irgendwie einmal pro Stunde oder so. Download-Cliff-Hanger, die ist hier. Okay, Mel, perfekt. Perfekt. Da bin ich ganz bei dir. Doch. Da sehe ich das. Und das Spiel. Das kann gut werden. Richtig Mel. Du bist gerne mit dem Kul onto bin. Du bist da. Oh, Gott. wir sehen uns nur ein paar beweise aus der wohnung meisten davon sind im labor ein paar sachen solltest du dir ansehen kein grund zur sorge nachdem wir die inspektor wollte dass wir das hier machen was ist jetzt reden alle durcheinander kommen sie rein das wasser kocht was denkst du sind wir nah dran ich kann nicht auf pause drücken ist die das ich kann ja pause drücken kann ich gucken oh mein gott wer ist das denn voller freak wer ist wer das nee finde ich nicht gut jetzt ja hier also das ist halt pausiert das war fertig ich schwöre das war fertig das war vor hidden agenda war das fertig er wirklich das war davor fertig danke rio naja die krassen filmsequenzen ja das wollte ich ja nach last so was eigentlich anfangen nein mehr die kann man nicht komprimieren du musst das also das verstehst du nicht okay das verstehst du bist einfach nicht in der materie drin von erika okay gucken wir mal wie weit wir damit kommen ich glaube es ist gar nicht so lang mal gucken wir haben jetzt was ist da nicht das war in ihrer wohnung nein mir bleibt hier genau dominik ihr name ist mia green sie war patientin im delphi haus sie hatte engen kontakt zu deiner mutter sie wollte sie andauernd schützen manchmal auf aggressive art sie schützen sie war schwierig manchmal gewalttätig ihre kindheit war höchst unangenehm aber die freundschaft zu deiner mutter half ihr in der nacht als deine mutter starb brach mia green in die als nike mein reihe wie viel gibt es denn davon ich starb an einer überdosis ich habe nur in famous second son und 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 das dlc gesehen also im store nicht so gesehen ich kenne es mir nicht sie hat es vorgetäuscht was hat sie vorgetäuscht sie hat es vorgetäuscht nein sie sie hat es vorgetäuscht ja hatte ich nie leider vielleicht wir haben vor gericht eine exhumierung beantragt bis dahin famous kann jemand muss so schokolade machen bitte brauchen sie Hilfe nein das geht schon bei cocker ja hier ist das bei cocker joe cocker unverzüglich ich muss gehen jemand brach ins delphihaus ein ich komme mit du nicht es ist nicht sicher beharren ich komme mit oh gott sie hat nasenbluten er hat recht du kannst dort nicht helfen erika alles okay du blutest gehen sie nein geh mit ich kümmere mich um sie nein geh mit geh mit lauf weg lass mich mit ihm mit gehen das badezimmer ist dort den gang runter okay gut rio danke das wird wieder ich hätte keine ahnung wie ich das jetzt spielen soll ohne 363 oh fuck boah boah komm wir gehen raus los los gehen hinterher bitte na fuchsi lass mich zum fuchs los 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schön und gut. Aber langsam reicht's. Ja. Wird schwierig, Mail. Wird schwierig. Das lädt auch voll langsam. Komm, können die anderen Videos da noch fehlen? Nicht einfach die anderen Entscheidungen sein? Oder macht die echt von vorne bis hinten das ganze Spiel? Und jetzt ist halt gerade das... Sind wir ungefähr so weit im Spiel? Also ich hab auch von den Famous des Infamous das DLC übrigens. Aber ich hab's noch nicht runtergeladen, weil naja... Ja, schon klar, aber... Komm zurück, Kayla. Das geht irgendwie nicht wirklich schneller, oder? Vielleicht braucht es erst mal noch. Ach ja, stimmt. Ciao. Noch 90 Minuten. Doch, geht schneller. Sucker Punch war nicht irgendwie irritierend? Und öfter machen... Oh mein Gott, da hat doch in der Zeit schon alles geladen, oder nicht? Ich glaube, es bringt nix mehr. Leider. Eben. Nicht so schnell. Ach so. Es wird mehr je öfter als ich das mache. Noch drei Stunden. Habt ihr jetzt was ihr wolltet? Pfff. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ne? Ich zieh nochmal das Kabel. Komm. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Komm. Geh da mal raus. Geh da jetzt mal ra... Aua. Noch fünf Stunden. Okay, es geht down. Down, down. Ja? 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 Komm, sieben Minuten. Komm, sieben Minuten sind schön, oder? Ja? Ja. Ja. Ja, warum nicht gleich so richtig ist? Ich meine, dann müsste es doch jetzt auch generell schneller sein, oder? Dann könnte man ja jedes Spiel jetzt weiter spielen und hoffen, dass es halt einfach in der Zeit lädt, wo man spielt. Weil jetzt ist ja dreifach so schnell. Oder? Ja, okay, dann ein bisschen schon. Ich probier's. Ich mein, es sind jetzt 22 Minuten, das geht schon, oder? Ja. Wer weiß, Dominik. Vielleicht bin ich gleich wieder tot, weil ich irgendwas komisches mache. Weil ich jemanden nicht erschießen will oder so. Kann doch sein. Die Credits müssen dann erstmal zwei Stunden laden, ja. So zwei Stunden, schätze ich, gerne. Ach so, ja. Ach, jetzt habe ich das Ding schon wieder in der Hand. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Ich brauche mein Handy. Tja. Ja, meh, frag dich mal warum. Da ist ein Fuchs, das habe ich schon gesehen. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Tschüss Fuchs. Ne, Download Guy war wahrscheinlich der Boss. Und deswegen wurden dann einfach... Könnt. Ja, hallo. Stimmt, wir hatten die Diskussion, ob es, äh, Amerika oder England ist, ne? Das könnte auch ein Hinweis sein. Hallo. Ähm. Äh, hallo? Ob es ihm auch gut geht? Lucien? Ist gar nicht Lucien, ja dann ist mir egal. Toll, und der hat mich allein gelassen. Wisst ihr, dieser bescheuerte Polizist hat mich einfach allein gelassen. Ey. Weißt du, erst drückt er mich an seine männliche Brust und dann bin ich ihm so egal, dass er mich einfach allein lässt. Lucien, ey. Das ist der Papa von, 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 von Putzi. Hey. Keller, du hast einmal kurz geschrieben, ja. Hallo, Eric. Hallo. Warte, ich muss kurz putzen. Ich bin tot. Toll, dafür haben wir jetzt so einen Office gemacht. Gefällt dir mein Geschenk? Sie sind tot. Noch nicht. Nicht wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck. Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Halten Sie sich von mir fern. Ich werde dir nicht wehtun. Aber sondern? Ich will dich beschützen. Mit einer Waffe. Sie haben mein Leben zerstört. Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Guck's nach anderem Schwarze. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Ja, klar. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Hehehe. Hehehe. Klar. Dankeschön. Danke. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins. Und sieh es mit eigenen Augen. Okay. Mach ich. Draußen im Wald. Gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Eine alte Farm, klar. Ich treffe mich immer mit Frauen auf alten Farben. Draußen im Wald. Ja. Gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ja. Ich hab... Also ich war nicht taub... Also... Was? Das Spiel hat ein paar Problemchen. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht in die Apotheke einzubrechen. Ich hasse den. Ich finde den blöd. Der hat mich allein gelassen. Der ruhig hier allein. Tobi Newman. Sie hat eine Vorgeschichte. Das war also absehbar. Oh nein Putschi. Geh. Geh weg du alte... Sch... 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 Schreckschraube. Ich hab... Bracke wollte ich sagen. Das war böse. Die ist voll gemein. Die hat uns alle voll gedruckt. Wieso hab ich eine Feder im Arm? Von was? Okay. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Schimpfen. Ich schimpf den. Ist das ihr Ernst? Sorry. Hä? Das war nicht schimpfen. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher. Versprochen. Ja, dann bleib vielleicht auch mal da. Ich werde verrückt. Das ist nicht wahr. Ich fühle mich nicht sicher. Hier. Fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich aber nicht sicher. Schon gut. Versuch etwas zu schlafen. Schon gut? Ich fühle mich nicht sicher und du sagst schon gut und ich soll einfach nur schlafen? Was bist denn du für einer? Du bist so uneinfühlsam. Du bist so einfühlsam wie ein Kackhaufen der schimmelt. Irgendwas, das uns helfen könnte sie zu finden. Ich hätte lügen sollen. Ich denke, es klappt nicht so gut, wenn man nebenbei spielt. Das Spiel macht es einem aber auch echt nicht leicht. Ganz ehrlich. Vor allem da ist 0% die ganze Zeit weiter, ne? Was? Was, Mei? Wusa. Hast du es jetzt? Hast du es jetzt? Hast du es jetzt? Gedingst? Zum Laufen gebracht? 30 Minuten, drei Stunden. Vier Stunden. Vier Stunden. Ja und dann vier Stunden. Dann fang bis die vier Stunden. Okay, ich zieh nochmal das Kabel. Das hat ja vorher gut geholfen. Ach. Ja, ich weiß da auch gleich aus. Ich bin nicht aggro. Ich bin voll gechillt. Guck doch, es geht doch jetzt wieder runter. Ich mag Snickers nicht, tut mir leid. Gib mir lieber Milky Way. Dann bin ich glücklicher. Ja. Wir sind doch hier alle glücklich. Ja, ja, wir sind glücklich. Bueno, hab ich selbst. Okay, und sonst du? Danke, Mei. Das ist ja lieb von mir. Wie geht's euch denn allen so? Ey, ich hab echt das Gefühl, ich bin nur noch am Hin und Her rennen heute. Ich brauche die Frau Mark Milky Way. Hallo, Milky Way ist lecker. Ich mag kein Karamell, das ist mein Problem. Noch angeschlagen von Metall. Ja, kenn ich. Noch mehr gewusst. Ne, also das Komische ist, wenn ich rumschreie, dann das macht es nicht schlimmer. Also, bei mir ist es wirklich, wenn dann nur das Kranke. Also, ich weiß nicht, was mit meinem Hals los ist. Aber so heiser werden vom Schreien ist echt selten der Fall. Ich mag keinen Käse. Tut mir leid. Ich würde lieber Chips haben. Mal wieder Salztchips. Aber es ging gerade wieder weiter runter, oder? Ja, du musst mehr schlafen. Du musst sowieso jetzt ein bisschen schlafen. Du musst vorschlafen, damit dein Körper fit ist. Und sonst so. Mehr hate, nee, nicht mehr hassen. Weniger hassen. Nimm genug hassen der Welt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie random Werbung auf einer Seite angeht. Die Frau ist die ganze... Äh, Frau. Jetzt lese ich gerade von Red Lady. Ähm, die Seite war die ganze Zeit auf, ne? Und dann plötzlich geht diese Werbung an. Einfach so random. Boah. Boah, hab ich geschreit. Ja. Ja. Ah. Google und Twitter schicken Mitarbeiter ins Homeoffice. Bei dem Suchmaschinenbetreiber sind alle 8000 Mitarbeiter in Dublin betroffen, nachdem ein Kollege grippeähnliche Symptome meldet. Okay. Gut. Gut. Das war jetzt spannend. Paranormal Activity. Aber wirklich? Schau mal auf die Uhr. Geisterst du mir nicht. Ja, ja, ich merk's schon. Ähm. Gnatter Scaler. Hm. Ich brauch aber einen neuen Bildschirm. Also. Es ist schön mit den Schutzmasken. und so, aber die bringen doch eh nix, also kriege ich bitte vielleicht trotzdem noch Monitore. Ich frage von Freund. Aber finde ich eigentlich ganz gut, weil das ist Zusammenhalt und so, aber es ist halt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut, gut, gut. Also ich meine, wir können halt diese, diese wirklich, diese Filtermasken benutzen, ne, also diese Gasmasken, die können wir benutzen, dann können wir alle mit rumlaufen, da brauchen wir nur genug Filter, aber so, die Gesichtsmasken sind halt so, wie war das, nach 20 Minuten durchgeatmet und durchgesifft und dann kommt eh alles durch, also klar, das bringt jetzt halt nicht so viel, das ist wichtig für Krankenhäuser, ja, aber so jetzt für Otto-Normalverbraucher bringt das halt auch nix. Wann ist man denn bitte mal nun 20 Minuten draußen oder hat 10 Atemmasken in der Antasche? Aufgrund der TV-Herstellung hohen Sauberkeitsstandards entspricht. Ja, gut. Ich brauche trotzdem Monitor noch. Ja, lasst uns alle auswandern. Ich möchte eine Insel namens Luna. Gibt's nicht mehr. Was? Achso, die, die Monitoring. Ja, nee, vergiss das. Ich werde sicher nicht auf Schutzmasken spielen. Ich glaube, es hackt. Also ich möchte schon hier meinen, meinen mega guten 1080 Monitoring. Ich weiß nicht mehr, ich finde halt Corona super spannend, also das Thema, also auch die Entwicklung. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Plague gespielt habe und es echt Ähnlichkeiten hat von meinem Spieldurchlauf zu Corona. Aber die Panik finde ich halt einfach nur lächerlich. Und wirklich das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, also Angst, nicht Panik, ist die Panik. Das ist das Einzige, was mir echt Sorgen bereitet. Aber ich finde trotzdem, also diese Corona-Corinna-Bilder, die sind der Wahnsinn, die mag ich. Die liebe ich, wirklich. Ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe schon Corinna. Dominik, auf welcher Seite bist du gerade? Auf der AfD-Wähler-Seite? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, Wie lange noch? Sieben Minuten? Unterhaltung. Siehst du? Dankeschön. Mm-hmm. Danke. Nesquik-Waffeln? Nee, keine Ahnung. Ich wollte Wahrheit wählen. Ich beten, das dauert jetzt noch zwei Minuten, dieses Spiel. Du lässt mich nicht noch mal allein. Nein. Nein. Ist der dumm, der stirbt. Ich hätte ihn anlügen sollen. Ich werde aufgegessen. Nein, ich bin bei dir sicher. Du bist bei mir sicher. Aber raus hier. Raus. Nein, kann sie nicht rühren. Können wir jetzt raus, bitte? Hallo. Raus. Steig aus. Er ist tot. Oh nein. Ziehen Sie mal Kunden. Oh, sein Tagebuch. Das Licht ist angesehen, habe ich aber niemanden. Erika, nein, lies das nicht. Du Wichser. Du, du, du. Menstruationstasse. Ich bin verletzt. Sie denken, ich hätte ihn ermordet? Wäre dem so, wäre ich nicht hier. Aber ich muss alles in Betracht ziehen. Tut mir leid, das gehört zu meinem Beruf. Ich bin hier, weil ich dir vertraue. Du vertraust mir gar nicht. Und um die Frau zu fassen. Du willst mich nicht mehr anfassen. Wir machen das zusammen. Oh, wir sind zusammen? Ach so. Ich mache voll auf Drama. Er hasst mich. Los, verreckt doch. Penner. Ich hoffe, er stirbt. Eine dreckige Banane. Dreckiger, ey. Ich habe seine Socken nicht verbrannt. Das war ein Unfall. Hallo. Ich sage immer, also, du dreckiger sage ich. Aber alle anderen dreckig nicht. Richtig, Red Lady. Ich habe lange Fingernägel, ja? Hier. Ein Altar. Was ist das? Ein Altar. Ein Schrein. Das sind eher Waffen. Quatsch. Oh, die Drogen. Boah, die dreckige Frau. Vorsicht. Das Zeug ist äußerst halluzinogen. Ja, weiß ich. Ich habe von komischen Oleanderblütenblättern geträumt. Geträumt. Was? Haha. Haha. Du hast Drogen gehört, ja. Es sind immer drei. Drei was? Ein Reh. Oh, das bin ich. Ein Fuchs. Und ein Hase. Sie sehen in die Zukunft. Für Reichtum. Macht. Aber ohne den Schmetterling können sie nicht... Richtig. Deshalb brauchten sie deine Mutter. Und deshalb brauchen sie jetzt dich. Ich bin der Schmetterling. Ich bin aber ein Reh. Also sie. Ist ein Reh. Oh ja, ich akzeptiere, oder? Komm, wir akzeptieren, oder? Wir akzeptieren, oder? Komm. Ich kann leider nicht so lange warten. Zeig mir, wie. Guck mal. Wie sind denn die Sekte integriert? Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ja. Frauenfingernägel, die lang sind, sind immer perfekt. Ist es Erika? Ja. Du warst es immer. Die Häsik hat drauf. Nee, nee. So bin ich eigentlich immer. Außer es geht um Detroit Become Human. Hallo Smelly. Einer von uns. Einer von uns. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte ihr von der Vergangenheit. Von einer großen Priesterin. Mit Schmetterlings im Hallen. Warum hier? Warum hast du mich hergebracht? Weil dies der Ort ist, an dem alles anfing. Dein Vater schuf es. Er testete es an deiner Mutter. Das ist nicht nett. Und auch an dir. Wenn du es einatmest, tust du, was ich sage. Hä? Aber das will ich doch gar nicht. Bist du doof? So hat er uns kontrolliert. Also Sklaven gemacht. Stell das neben dein Bett. Und ich verspreche dir die süßesten Träume. Ja, ja. Das war ja klar. Das ist jetzt nicht so... Wow. Also dazwischen muss ich übrigens auch machen. Richtig. Erstmal einatmen. Geil. Endlich. Hä? Das habe ich nicht gemacht. So habe ich das nicht gemacht. Das läuft so schnell diesmal. Ich mache es wieder ein bisschen sanfter. Dein Vater ließ den Olyanda im Andenken an deine Mutter fließen. Es waren ihre Lieblingsblömer. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Sie fallen von mir. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen vertreten. Hey, jetzt... Warte doch mal. Ich muss mein Herz verzeichen. Hey, ich wollte einen Penis machen. Was meinst du, hat er in der Lampe verbrannt, Erika? Was es dir wohl angetan hat? Stimmt, die hat das eingeatmet am Anfang. Richtig. Hast du verdient? Hast du verdient? Hast du verdient? Ja. Das tue ich. Aber deine Freunde sind unschuldig. Und deine Mutter auch. Und ich auch. Deine Mutter hatte genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau. Jeder will eine Frau. Die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Das ist eher optional. Komm, woher weißt du das denn? Woher warst du von der Priesterin und dem Feuer? Was glaubst du denn? Er war einer von ihnen. Einer von ihnen. Sie selbst. Hä? Ja, da ist ein Kamin, der nicht mehr gebrannt hat. Seit Ewigkeiten. Aber gut. Danke. Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Deine Mutter war das fehlende Teil. Okay, ich mach ja schon sauber. Ja, ne? Find ich auch. Also, ich bin echt positiv überrascht, obwohl ich die Trailer gesehen habe und dachte, das ganz gut geht. Hallo, das geht, Boy. Ja gut, dann kommen wir halt auch nicht. Wir können es beenden. Wir können sie befreien. Und warum hast du den Polizisten ermordet, du dumme Kuh? Ich wollte es machen. Der hat mir das Herz gebrochen. Schneid das Kabel durch. Das ist eigentlich echt traurig. Das spielt jetzt eigentlich echt ganz gut. Außer, dass es ewig groß ist. Ich verstehe, glaube ich, auch, warum es heißt, dass man das also wirklich nochmal spielen kann. Weil du hast so viele verschiedene Ausgänge eigentlich, glaube ich. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Da drin. Das Medaillon. Ich meine, die Geschichte ist so lala, aber ich finde, also, ich finde es halt schade, dass... Ups. Die, äh, Schlosser haben. Die hätten so gute neue Spiele machen können, ne? Das war ein guter Ansatz. Oh nein, nicht Sneaky. Muss ich Sneaky sein? Ich bin ein Sneaky. Haha. Schwein mit der Jungen. Wir können ihn nicht leben lassen. Er schlägt sonst Alarm. Na, ich aber nicht. Ich kann nicht... Oh, ich hab Fallala. Gehen wir. Ja, noch nicht mal lange. Einmal kurz fünf Minuten nachgedacht, dann hat man es schon eigentlich. Oder mal einen Albtraum gehabt, ey. Also, es ist halt eigentlich echt gut gemacht. Gut umgesetzt, auch wenn's... Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt erkunden? Ich kann doch nur nach da oder nach da. Warum vertraue ich dir eigentlich? Hier ist zu viel Licht. Klar, wir machen eine Stumauswahl. Öffel, öffel. Bopsch. Und bist du zufrieden, ey? Im Büro deines Vaters ist eine Tür. Bring mich da hin. Klar, und mit dem roten Licht sieht man natürlich nix mehr. Danke, wenn du follow-up-a-dem-Boo. Weil sie dich nicht umbringt. Ja, kann. Vielleicht. Vielleicht. Aber also, mich bringen mehr Menschen nicht um. Ich vertraue denen ja trotzdem nicht. Ähm. Uschi? Oh Gott. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Finde die Tür. Die geheime Tür ist im Büro deines Vaters. Ich hab ne Waffe. Nimm sie. Okay. Und versprich's mir. Was? Wenn du sie brauchst, benutze sie. Also, wenn die alte Frau vor mir steht, benutze ich sie. Ich versprich es. Danke. Der Spiegel. Also, sagen wir mal so, die interaktiven Sachen wie zum Beispiel der Vorhang sehen halt echt schrecklich aus, aber... Sonst ist es süß. Sonst ist es süß. Scheiße. Jemand ist verbunden. Er blut es. Hol Helfer los. Echt? Ich hab nix gesehen mehr. Ich hab nix gesehen. Also, ich hab nix gesehen. Ich hab nix gesehen. Ich hab nix gesehen. Ich hab's gefunden. Richtig, Ryo. Deswegen bringt das nix. Deswegen hab ich Nein gesagt vorhin. Atmen. Danke für den Untertitel. Atmen. Okay. Ich atme. Haben wir jetzt gewonnen? Ich glaub ich hab das Drogenende. Wahrscheinlich gibt es total viele normale Enden. Oh Gott. Oh nein, die wollte ich ja schießen. Du darfst nicht hier sein. Toby braucht ihre Behandlung. Wecken. Sieh, sieh. Sie suchen nach dir. Weg sie. Sie haben die Leiche gefunden. Du bist gleich eine von denen. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Lass mich dir helfen. Bitte. Wecken sie sie. Das ist zu gefährlich. Das ist ihre Therapie. Wir können sie nicht einfach wecken. Das braucht Zeit. Denken sie sich was aus. Wenn ich die Schläuche entferne, kriegt sie einen Anfall. Aber ich kann ihr Epinephrine geben. Es ist im Schrank. Ich muss es ihr ins Herz injizieren. Erzähl mir genau, was du machen musst. Lauf, Kirstie! Ja, könnte es wirklich mehr. Ich sollte nicht hier sein, aber ich kann Toby nicht hier lassen. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Nein! Ich konnte nicht schießen. Nein, es hieß, sie kriegt einen Anfall, wenn ich... Hä? Wie lange glaubt ihr, muss ich fahren? Wäh! Wäh! Guckt! Epinephrine im Schrank aufgeht! Tut bitte was! Guckt! Blah! Ach, Putzi. Genau, Dominik. Es ist nicht sicher. Kannst du laufen? Green? Hannah. Was ist mit Hannah? Hast du sie gesehen? Sie ist nach ihrer OP nicht zurückgekommen. Sie wurde sicher woanders hingebracht. Du solltest gehen. Ich kümmere mich um sie. Wir warten auf dich. Oh nein. Ein Pulp Fiction? Echt? Okay. Tja, Ryo. Sie haben deinen Schreier höher. Erika. Erika? Was ist passiert? Ich bin's. Bitte. Leg die Waffe weg. Was immer auch passiert sein mag, wir können das gerade biegen, okay? Versprochen. Sehr gut. Rede mit mir. Was immer auch sein mag, wir können dir helfen. Herr, wieso bist du alt? Was hat es da mit tun? Was machen Sie hier? Was verbergen Sie hier? Das ist deine Klinik. Und mehr nicht. Erika, bitte. Das ergibt doch keinen Sinn. Du musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Ich denke, dass du krank bist. Lass mich dir helfen. Sie lügen. Warum sollte ich lügen? Sag mir das. Lass mich dir helfen. Mehr will ich doch gar nicht. Du bist gefährlich. Gefährlicher, als du glaubst. Wir haben dasselbe geträumt. Wir alle. Lass mich raten. Pinke Blumen. Die vom Himmel fallen. Das war ein Geschenk, Erika. Und zwar von deinem Vater. Er hat die Behandlung entwickelt. Und auch die Regressionstherapie. Ein Weg ins Unterbewusstsein. Durch... Ah. Ich kann nicht Pause drücken. Nein. 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 Boah ey, mit der Capture Card. Ich krieg ein Raster. Ich krieg echt ein Raster. Ey, wenn es mit dem neuen PC immer noch so schlimm ist, dann krieg ich ein Raster. Dann krieg ich einen richtigen Raster. Oh. Oh. Mein Gott, was hast du getan? Wer war mein Vater? Au. Oh, mein Knie. Tschö. Wer war er wirklich? Er hat dich geliebt. Er hätte alles für dich getan. Du warst sein Ein und alles. Er wäre tausend Tode gestorben, nur damit du glücklich bist. Bitte. Vertrau mir. Ich kriege dir die Waffe nieder. Mia Green ist tot, Erika. Das ist nur in deinem Kopf eine Fantasie. Ich kriege dir die Waffe. Ich glaube, wir sind bekloppt. Ich glaube, wir sind bekloppt. Ist schon gut. Vertrau mir, ich kümmere mich um dich. Ich kann dich wieder in Ordnung bringen. Ich kann dir helfen. Alles wird gut werden, mein Engel. Engel? Du bist zu Hause. Oh nein. Trotzdem, trotzdem. Vielleicht sind wir einfach wirklich total beklemmt. Ich vertraue uns selbst weniger als ihm. Nein, das ist zu offensichtlich, Mane. Das kann nicht sein. Ich kümmere mich um dich. Das kann nicht sein, dass der Böse ist. Das ist viel zu offensichtlich. Nee. Ich bin der Schmetterling. Siehst du? Es ist magisch. Sie lebt? Ja, deswegen, Mane. Ich glaube, dass du auch magisch bist. Wir sind einfach richtig plem plem. Gefesselt und ruhig gestellt. Patientin oder Gefangene. Heimgesucht von vergessenen Geistern. Erika muss verharren. Service. Was? Ach, weil ich die Klingel gedrückt habe, oder was? Impulsiv. Toll. Hätte ich die nicht zur richtigen Zeit bekommen können? Frieden erhalten. Guckt, ich bin Friedenerhalter. Ich hatte vorhin Friedensstifter und jetzt Friedenerhalten. Hennas beste Freundin. Ah. Heldin. Guckt, ich bin eine Heldin. Mäh, ich bin eine Heldin. Und eine Gefangene. Ich bin aber eine gefangene Heldin. Und unschuldig bin. Ich guck, ich bin unschuldig. Eine unschuldige, gefangene Heldin. Das kann ja wohl schlimmer sein, oder? Ich könnte tot sein. Danke. Ihr habt das auch gut gemacht. Ihr habt durchgehalten, trotz der Ladeschwierigkeiten. Ich bin sehr stolz auf euch. Und Spiel. Sei dankbar, dass ich so lange durchgehalten habe, obwohl du so viel geladen hast. Eigentlich, bei jedem anderen Spiel hätte ich gesagt, okay, ich spiele mal es halt wann anders. Na, das freut mich. Wäre das für euch okay, wenn wir das dann, also nicht mehr heute, aber wenn wir das irgendwann nochmal spielen, aber dann halt komplett anders? Weil ich echt schon, also ich mag das halt immer zu erfahren, wie das ist, wenn man ein Spiel nochmal spielt. Ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Weil ich glaube, da macht es tatsächlich Sinn. Bei Detroit Become Human macht es ja auch irgendwo Sinn, aber es wäre mir viel zu anstrengend. Weil das dauert ja nicht so lange. Und ich glaube, da ist auch... Was ist mit dem Lied los? Ähm... Eben, und ich glaube auch nicht, dass so viel doppelt sein wird. Also, klar, so diese Zwischensequenzen in den Büros und so schon. Ich weiß nicht, aber vielleicht haben wir doch ein schlechtes Ende. Vielleicht wäre die Musik bei dem anderen Ende schöner. Ähm... Gruseliger. Eindeutig Böse. Ja, ich glaube auch. Vielleicht hätte ich ihn doch umbringen sollen. Aber ich dachte halt... Ich habe irgendwie an Sucker Punch denken müssen. Ich sage nicht mehr dazu, weil es gibt bestimmt Leute, die es noch nicht geguckt haben. Ja, die Musik schon. Die Effekte da drauf jetzt eher weniger. Aber ich glaube halt, dass man so viele unterschiedliche Sachen haben konnte, weil... Allein als man gegen Ende Wahrheit oder Lüge gewählt hat, da ging es ja dann in eine ganz andere Richtung. Wir hätten halt auch einfach lügen können und uns selbst suchen können. Und deswegen, ich glaube... Das ist halt wirklich ein komplett anderes Spiel dann. Und ich meine 40 GB, also... Und angeblich 29 enden. Da muss schon ein paar... Da muss es schon ein paar Sequenzen geben. Oh, das ist schön. Also, ich glaube 29. Aber also, wenn es nicht 29 waren, dann wären es 25 oder 32 oder so. Aber es war was in die Richtung. Von Journey. Echt? Okay. Ich kämpfe mit den Soundtrack-Leuten da überhaupt nicht. Aber der hat so ein bisschen Life is Strange 1-Feeling. Ich fände das ein bisschen traurig. Ähm. Ein Emmy, krass. Aber ich finde es so traurig, weil... Ich weiß nicht, von wann das Spiel ist, aber das passt so ganz gut in die Life is Strange und auch Vampire Diaries Zeit rein. Und da gab es halt viel solcher Musik. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt weg ist und einfach nur noch so Pop-Uts-Uts-Uts-Uts ist. Marina Miguelanes-Rodriguez, klar. Aber gut, also sowas wie Final Fantasy hat auch einen ganz, ganz netten Soundtrack. Der geht schon. Die Ansteckungsangst hat Deutschland im Internet. Ich wollte gerade gucken. Südkorea meldet 600 weitere Infektionsfälle. True. Okay. Echt? Das ist krass. Das ist krass. Aber ich finde halt, also es gab schon genug Spiele, die einen echt guten Soundtrack haben. August 2019? 2019? Echt? Ist das so neu? Ich dachte, das wäre voll alt schon. Ich dachte, ich habe da so ein altes Juwel gefunden, aber ist das gar nicht so alt. Ich muss mal gucken. Nicht, dass ich jetzt an falsches Journey denke. Guckme. Okay, doch, ist es das. Okay. Habe ich immer noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht. Ich mag Erlebnisspiele. Ich habe solche Spiele echt gern zwischendurch. Ist das ein Heulspiel? Muss man da weinen, meh? Nein, gut. Gott sei Dank. Dann kann ich das spielen. Es gibt auch traurige Erlebnisse. Oder Sachen, die so schön sind, wo man weinen muss, weißt du? Ja, die Musik ist echt schön. Deswegen lasst sie auch weiterlaufen. Ein Werkzeug, oh Gott. Das klingt nach vielen Herausforderungen, um die geistige Stärke und das Charakter voranschreiten zu ermöglichen. Aber ich hatte nicht gedacht, dass das Spiel doch noch so semi-deep ist. Weil ich dachte, ich dachte, da kommt jetzt halt wieder so was wie bei Hidden Agenda, wo dann halt einfach nur so, ja, das ist Mord passiert, aufklären, wir sind verdächtig, Punkt. So was dachte ich kommt. Ich war nur die Gedanken freizuflich. Okay. Ist halt eine Reise, ne? Muss ich echt mal gucken. Wenn du das so magst, dann muss ich mir das mal angucken. Ja, aber das finde ich... Also Erika war echt so, 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 so. Überraschung. Vielleicht auch zwei. Ja, aber das ist echt schwierig manchmal, ne? Ich kann mich auch oft nicht... Was kommt jetzt schon wieder für eine Musik? Ich vertraue diesem Spiel nicht. Donut vorgesetzt. Aha. Ich hab's pausiert, aber gut. Hallo, ich hab's pausiert. Warum setzt du das einfach fort? Äh, hab's bei Grom mal zum Teil gesehen. 2004 bis 2019, okay. Aber also, ab zu fand ich jetzt, oder ab zu, was weiß ich, wie man's ausspricht, war jetzt nicht so meins. Ehrlich gesagt. Also, ich war... Oh Gott. Die Blätter. Nein! Ich war... Also, ich hab auch nicht so drauf geachtet, weil ich nebenbei, glaub ich, selbst gespielt hab, oder so. Aber... Ich weiß nicht. Vielleicht liegt's auch an mich selbst spielen. Ja, aber... Der war ja davor schon abgeschlossen, der Download. Also, der war ja... Bevor ich jetzt weitergespielt hatte, war der abgeschlossen. Deswegen wundert es mich ein wenig. Ein wenig. Das heißt, es ist halt kein Gameplay-Spiel. Ja, aber gut. Das war Hidden Agenda jetzt auch nicht. Erika schon ein bisschen mehr, weil ich musste auf meinem... meinem Touchscreen ein bisschen rumtatschen. Aber war schon interessant. Ich guck noch mal. Erika. How many endings? This story makes no sense. Oh, diese... diese komischen Leute. Ich will sie nicht sehen. Ich will... Ich will... Wie viele Endings. Weil ich glaub, in der Beschreibung stand 29. Ja, nee, das war nur... Also, das war nur jetzt nur ein Vergleich von wegen, ich brauch kein Gameplay-Spiel, weil... Das ist was ganz anderes, ist klar. Irgendwie sind die Frames von den Blütenblättern komisch. Egal. Ähm... Ich würd sagen, da machen wir überhaupt jetzt Schluss, oder? Mei, hey, das kannst du... Kannst du wirklich gern machen. Mich freu jetzt, wenn Leute... Vor allem Spiele so gern mögen. Weißt du, nach meinem Game-Design-Studium bin ich da ein bisschen so... Hallo, Takikino. Doch, das ist okay, wenn wir jetzt Schluss machen. Das ist schon 4.19 Uhr. Wir machen jetzt Schluss. Ja, ich bin immer noch Kragentag hier durch. Ich darf nicht so lange wach bleiben. Um noch einen Film zu schauen. Richtig. Minute Schluss. Ich werd auch noch irgendwas zum Einschlafen gucken. Ich streng mich an, Takikino. So, was wollt ihr denn? Wollt ihr Rainbow Six Siege? Wollt ihr Nier Automata? Und haben wir ihr Dead by Daylight? War guter Content. Ja, die ganze Pause war geil. Nier, okay. Außer es sagen jetzt ganz viele irgendwas ganz anderes. Du bist eh gleich weg. Ja, ist ja egal. Man kann ja gucken, vielleicht sind ja wenigstens ein paar dabei, die dann da noch irgendwie Freude haben. Und nerven, du nervst doch gar nicht. Mich nervt hier keiner. Außer Trolle. Und da du kein Troll bist, nervst du mich auch nicht. Also, dann danke euch fürs Zuschauen und fürs Durchhalten, auch trotz technischer Probleme. Und danke fürs Spiele mitgenießen. Ich guck dann, ob ich das Hidden Agenda irgendwann demnächst mal soweit gespielt bekomme. Das war ja doch noch irgendwie ein paar Stunden. Aber eigentlich nur zwei oder so. Deswegen, das geht, glaube ich. Und dann hoffe ich, dass es da speichert. Dann können wir da wenigstens das Ende gucken. Ein schöner, tollen roten Kleid. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, dann danke euch und schlaft gut. Kommt gut ins Bett. Lasst euch nicht von einem Bettwanzen anknabbern. Und guckt, dass ihr gesund bleibt. Weil das Wetter momentan ist echt ätzend. Also, gute Nacht. Schlaft gut. Träume fest. Das ist wie so winkig. Ihr seht mich nicht. Kommt gut ins Bett. 2, 2, 3. 2, 3. 3, 3. 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20. Vielen Dank.